Willkommen, dieser Podcast hier heißt Föhnüsse, bei mir sitzt wie immer Dirk und mein Name ist Klaus und in diesem Podcast klären wir die Fragen, die wirklich wichtig sind. Das Universum schickt uns halt einfach manchmal Fragen, die wir klären müssen und im Moment reduziert sich halt alles auf Fernsehserien, Fernsehen, Filme etc. Aber wir reden auch über Sport, vielleicht. Auch sehr viel, glaube ich, allgemein Blödsinn, der uns so zwischen die Finger kommt und den analysieren wir, bis wir den Kern in den Händen halten. Und im Gegensatz zu anderen Podcasts kommen wir niets vom Thema. Nie sch... Wir kommen nie vom Thema ab. Finde ich super, finde ich super.